Ah, okay, ich sehe, was die Deathbox ist. Das ist hier der Ablauf. Okay, wir haben kein Zeitlimit, sehe ich gerade. Ach, das muss alles in einem passieren. Okay. So, wie macht man jetzt... Achso, tweaken muss man den, ne? Ach, scheiße. Hm, gucken wir nochmal. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie man den One-Foot-Hand-Blend macht, aber... Ich meine, den müsste man... Ne, mit R1 macht man den ja. Moment. Trickführer. Ähm... Lip-Tricks. Hand-Plants. Was war das? One... One-Foot-Hand-Blend. R1 und X, alles klar. Ich mach das aber nochmal neu, weil der wird anscheinend, schätze ich mal, nicht gezählt. Denkst du, du schaffst das? Also, der wurde schon gezählt, nur das Problem ist halt, dass ich ihn vorher schon mal gemacht hab. Und der dann nicht für die... Challenge... ...gilt. Wunderbar! Das ging schnell. Ja, ist okay. Okay, perfekt! 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 Huch! Erstmal hingesetzt. Okay. Und... So. Dann gehen wir mal noch zu dem anderen Sternchen. Verzieh' dich. Schlimm ist das, ne? So. Ist das jetzt hier die Mario? Ich glaub Mario war nur... ...ne Trophäe. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Jedenfalls hab ich hier die Mario gemacht. ...ne, ne, ne, ne. Geh mal da runter. Ach. Ist das dumm. Ah, dankeschön. Dreihundertdreihunddreißig. Dreihundertdreihunddreißig. Hobel. Oder Drehhobel. Ich weiß, ich kenn ihn nicht. Also gut. Ey, du musst ziemlich schnell sein, um da raufzukommen. Hoffentlich kannst du pumpen. Footplant... Ne, was ist da? Footplant auf dem Dach, 180 zurück in den Pool. Uh. Footplant auf dem Dach, 180 zurück in den Pool. Kann man das ein bisschen cheaten? Ah, da ist er ja. Was machst du da denn? Was geht, Leute? Hast du die Line schon mal geschafft? Sicher hab ich's drauf. Was wirst du vor? Ich versuch nur diesen blöden Trick zu stehen. Skatet ruhig, wenn ihr wollt. Hey, weißt du was Dan echt ärgern würde? Mach seinen Trick. Zeig ihm, was geht. Cool, machen wir gleich an. Okay. Ich bin ganz sicher, wie ich das genau gemacht hab. Ach, Pumpen ging so. Stimmt ja. Nicht da raus. Ähm. Moment, muss ich... ein Plant machen oder einen... Ich weiß nicht mehr. Warum? Du bist so dumm. Ach komm du far doch. Kann man das hier irgendwo lesen? Footplant auf dem Dach, 180 zurück in den Pool. Habe ich gerade eigentlich nicht gemacht, aber... Alles klar bei dir? Ah, Moment! Oh, Moment! Hm. Hm. Das zieht so hart immer nach. Ich krieg hier einen Ausraster ein. Ich weiß nicht so ganz. Wie kann man das hier... Warum streckst du nicht dein scheiß verficktes Drecksbein raus? So ähnlich aber musste das aussehen. Nur höher. Äh. Scheiße. Aber es hat fast funktioniert. Scheiße. Scheiße. Ach komm. Warum? Ich bin dumm. Das hat das Beinchen weggestreckt. So richtig extrem. Ich bin dumm. Oh. Ich wollte gerade sagen, das bringt mir jetzt so viel Speed, ne? Okay. Gut. Ich nehm das so hin. War das überhaupt ein 180 am Ende? Ja. Aber so richtig beschissen reingedreht. Keine Ahnung. Das sieht, glaub ich, so am besten aus. Also gut, Mann, ich ruf die Jungs von Box an. Vielleicht kann ich dich hier reinbringen. Okay. Okay. Oh, da ist noch was. Dann machen wir die gerade auch noch. One-up. Was muss ich machen? Karte ist für alles zu haben. Sogar für eine Runde. One-up. Pool-O-L. Der Legende. Okay. Das ist ein Spiel auf jeden Fall. Eins gegen eins. Ist das so was wie Skate? Yeah. Cardi Ellis am Start. Hey, was geht nass? Hey, Darren. Sag mal, was habt ihr denn hier vor? Ja, der One-up-König da drüben hat mich gerade rausgehauen. Oh, wow. One-up. Oh, ich bin dabei. Okay, macht mal Platz. Hier ist was Leichtes für dich. Hat er ne Kippe im Hals gehabt? Ich hab einfach 15 Sekunden Zeit und muss wahrscheinlich mehr Punkte kriegen als er. Schön. Okay, mal sehen, ob du denen stehst. Okay. Dann lass mal was sehen, Mann. Mit der Musik auf jeden Fall. Da kann gar nichts mehr schief gehen. Aber schon knapp, muss ich sagen. Ich würde lieber eine Runde Skate spielen. Geh lieber nach Hause, ich werde dich eh schlagen. Ich habe 32 Punkte mehr als ich eben gemacht. Verdammt man, das dauert ja ewig. Alles gut Mann, alles gut. Habe ich? Okay, ich habe ihn geschlagen. So. Habt ihr das? Okay, man hat 20 Sekunden Zeit, entschuldigung. Ah verdammt, das sah so aus, als ob der hier nicht stehen würde. Okay, er hat jetzt die 1 bekommen. Hey Mann, warum willst du mir die ganzen Buchstaben geben? Darum? Okay, jetzt will ich damit vorlegen. Oh, kleiner Pool. Leg los! Alles klar! Verdammt man, jetzt wird's doch ein bisschen ausgelutscht. Ja, das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Okay, guck dir den an. Hat er gesagt, ein Gay? Ui, 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 ui. Kriegst du ein U? Da darfst du nochmal. Geil. Okay, geht's jetzt endlich los, oder was? Okay. Das ist jetzt der letzte Brun. Okay, mach dein Ding! Naja, aber der scheiß Schuh, der war am Weg, tut mir leid, da kann ich nichts für. Okay, jetzt fass mal auf. Okay, jetzt fass mal auf. Spar du. Das wirst du nicht schaffen. Vielleicht solltest du lieber gleich auf die... 2007? Alles klar, Mann. Dann zeig mal, was du kannst. Alles klar, Mann. So. Kannst du noch mehr, oder... Wenn der schon 2007 vorgelegt hat, dann kann der bestimmt noch mehr. Warum springt der da immer raus? Oh, sehr schön. Okay, Mann. Glückwunsch! Ja, das wollen wir nicht nochmal sehen. Oh, ist gut, Mann. Du hast es voll drauf. Ich rede mal mit denen von Vance. Vielleicht kann ich dich da unterbringen. Kommt. Kommt da jetzt noch was? Kommt da jetzt noch was? Ne. Gut, dann werde ich dafür jetzt hier Schluss machen. Und ja, wir haben ein bisschen was geschafft. Weniger als ich dachte eigentlich. Aber gut, vielleicht schaffen wir dann beim nächsten Mal ein bisschen mehr. Ja, dann hoffentlich hat euch die heutige Aufnahme gefallen und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal wieder. So. Tschüss.